Für mich persönlich gibt mir Frieden, eine intakte Familie zu haben, gute Freunde, Bekannte, mit denen man also ein Fest feiern kann. Also Frieden ist für mich kein Krieg in der Welt. Und für mich Zusammenhalt und Harmonie. Für mich als Selbstländerin ist es sehr wichtig, daneben Freunde zu haben, da die sind meine echte Familie hier. Und es ist sehr schön, einfach den in meinem Leben zu haben. Ich selbst finde es sehr, sehr hilfreich, mit Menschen auch darüber zu reden, auch über die Ängste, die man vielleicht hat jetzt mit allen Dingen, die es gibt, weil man sich da gegenseitig sehr viele Ängste nehmen kann. Und ansonsten lese ich sehr gerne, um sich klarzumachen, dass es trotz allem dann doch eben auch Frieden gibt und darin Ruhe finden können, dass es auch besser wird. Mir gibt Frieden, Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen. Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Welt sehr verrückt ist, habe ich das Gefühl, dort einen Ruhepol zu haben. Dass andere Länder zum Beispiel sich nicht gegenseitig angreifen und dass kein Krieg ist und dass halt keiner einschlägt oder keinen Haufen zu. Also wir sind dankbar, dass wir Zeit mit der Familie verbringen können, dass es so ein bisschen stressfreier ist, alles ein bisschen zur Ruhe kommt. Man seinen Gedanken freien Lauf lassen kann und dann zusammen gemütlich zu Hause sitzt, was Leckeres isst. Das ist schon schön, oder? Das ist das Gefühl, was Leckeres ist das Gefühl? Das ist rischarisch. 要